Hallo liebe Freunde, hier auf dem Torenz Stand auf der High-End 2022, nach drei Jahren endlich wieder zurück. Mein Name ist Gunter Kürten und ich bin der Inhaber von Torenz. Heute möchte ich euch unsere Highlights zeigen und da gibt es wirklich einige zu zeigen. Wir fangen mal an mit einem vielleicht dem spektakulärsten Produkt, dem TPP 1600. Das ist ein vollwertiger Phono-Vorverstärker mit dem Schwerpunkt auf dem Bereich Phono. Wir haben also hier vorne, das ist kein VU-Meter, sondern eigentlich ein Messinstrument. Wir können hier alle technischen Werte, also die oben zahlenden Pico-Farad, über das Meter hier einstellen. Der Vorverstärker verfügt aber auch über eine Einmessfunktion. Er ist voll symmetrisch aufgebaut und insofern ein perfekter Zuspieler für die Phono-Enthusiasten, die auch mehrere Plattenspieler haben. Und nicht zu vergessen natürlich auch für HiFi-Händler, die mehrere Plattenspieler in ihrer Vorführung auch vorführen möchten. Auf der rechten Seite eine Weiterentwicklung unseres TD 1600, klassisches Subchassis-Gerät. Viele werden den Plattenspieler von euch schon kennen. Was jetzt hier neu ist, ist der wirklich sensationelle TP 160 Tonarm, der mit einem Schneidlager funktioniert und dadurch einfach nochmal wesentlich präziser ist, als wir das vorher hatten. Wir sind auch auf euren Wunsch eingegangen und haben jetzt eine abnehmbare Headshell mit einem SME-Anschluss, sodass man auch schnell einfach mal einen anderen Tonabnehmer aufbauen kann. Und das sind einfach Punkte, die vom Kunden gewünscht werden. Übrigens gute Nachricht für diejenigen, die schon einen TD 1600 oder 1601 haben. Wir werden auch eine Aufrüstoption anbieten, sodass der Tonabnehmer auch für die anderen heutigen Benutzer des TD 1600 Serie upgrade werden kann. Ja, schauen wir mal weiter. Auch hier wieder Subchassis-Spieler. Das hat ja Torrenz groß gemacht. Subchassis-Spieler heißt, wir haben ja ein federnd gelagertes Subchassis. Und hier seht ihr den neuen TD 1500, auch mit dem neuen Arm TP 150, mit einer sehr schönen Lösung auch für das Anti-Skating. Das könnt ihr hier sehen, da läuft der Faden über ein Rubin-Lager und hier ist dann das Skating-Gewicht, welches dafür sorgt, dass ihr eine gleichmäßige Abtastung in der Rille habt. Der Plattenspieler ist jetzt seit drei Monaten im Handel, haben übrigens schon Preise damit gewonnen, Plattenspieler des Jahres bei der Zeitschrift LP. Herzlichen Dank dafür und da habt ihr auch einen riesen Anteil dran. Vielleicht für euch auch nochmal wichtig, dass unsere Plattenspieler auch über symmetrische Ausgänge verfügen. Der 1500er, wie auch die anderen, die ich euch schon gezeigt habe, haben XLR-Anschlüsse, sodass man dann auf einen entsprechenden Phonofor-Verstärker auch symmetrisch gehen kann, was nochmal dafür sorgt, dass ihr mehr Ruhe habt, also Erdungsstörungen etc. somit vermieden werden. Auch neu im Sortiment und mittlerweile auch schon im Handel verfügbar, unsere neuen direkt angetriebenen Plattenspieler. Wir haben hier den TD403. Der Arm wird euch bekannt vorkommen. Das ist der TP150, den wir auch auf dem Subchassi-Spieler verbauen. Der Plattenspieler kommt schon direkt ab Haus mit dem Ortofon 2M Blue, also ein wirklich hochwertiger Tonabnehmer, der allein 240 Euro kostet. Der Plattenspieler liegt bei rund 1400 Euro und ist auch jetzt schon im Handel verfügbar. Jetzt hat nicht jeder 1400 Euro in der Tasche, die er ausgeben kann oder noch mehr. Wir wollen auch was für die Leute tun, die gut Musik hören wollen, zu einem sehr vernünftigen und ehrlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und deshalb gehen wir mal auf die andere Seite. Hier haben wir auf der rechten Seite unseren brandneuen TD204. Das ist ein klassischer Riementriebler. Wir sagen eigentlich Plug-and-Play-Gerät, weil wir verfügen hier auch über einen integrierten und zuschaltbaren Phono-Vorverstärker. Der Plattenspieler, ihr kennt es schon vom Design, hat einen neuen TP120 Tonarm. Er sieht ein bisschen so aus wie die anderen. Klar, in kleinen Feinheiten ist er nicht ganz so aufwendig, aber er ist für einen Plattenspieler in der Preisklasse wirklich ein sensationell guter Tonarm geworden. Und der Plattenspieler wird dann für 799 Euro wohl Ende des Jahres auch in den Markt kommen. So, und jetzt gibt es noch ein Highlight. Dann gehen wir mal zu unserem besten Plattenspieler. Thomas, bitte mal einen Schritt auf Seite. Das ist der legendäre TD124. Die Älteren unter uns, die werden das schon wissen, Ende der 50er Jahre gab es den ersten TD124 als Riemenantrieb. Und wir haben jetzt eine direkt angetriebene Version. Wir haben bewusst das alte Design aufgenommen, weil es einfach für einen gewissen Standard bei Torenz stand. Das ist ein Meilenstein in der Torenz-Geschichte. Und der 124er erstrahlt hier in der neuesten Version mit einem ganz aufwendigen Tonarm, der so an die alten Studiotonarme erinnert. Und ja, auch der übrigens Plattenspieler des Jahres, Eiser Award-Gewinner, also ein echtes Highlight. So viel zu den Neuheiten, die hier bei uns auf dem Messestand. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kommt vorbei, wir sind in Halle 3 und wir sind gerne da für euch und beraten euch. Bis dann, vielen Dank. Vielen Dank.